Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Ich glaube, ich glaube, da geht es dann nach oben. Langsam hier da... Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Okay. Okay. Surprise, motherfucker. Der pisst da gerade die Sau. Jetzt hat er ausgepisst. Toll. Wuh, scheiße. Na ja, dann geben wir den noch mal ein bisschen Gas da. So, erledigt. Scheiße. Ich war das. Ich war das. So, wo muss man hin? Da hin. Hey. Hey, was? Bist du schon müde? Da bist du ja. Alter. Jetzt stirbt er. Junge, Junge, Junge. So, wir müssen... Ja, das ist eine gute Frage. Da lang. Na, mach doch. Geht doch. Like a pro und so. Dieser Ort ist uralt. Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Muss man da noch mal untersuchen. Da unten ist einer. Genau gesehen. Genau gesehen. Will ja gar nicht fliehen. Ich geh nur ein Stück zurück. Ah, die Fresse. Kommst uns an dich. Da bist du ja. Junge, Junge. Bist du wichtig, ey. Und doch so tot. So, jetzt müssen wir da lang. Ey, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr. So, hier müssen wir lang. Da hängt einer. Ja. Die wollen anscheinend keinen Besuch. Ich deute das mal so. Ansonsten würde hier nicht was hängen. Noch mit hast zusammen. Schreie. Uah! Ist doch scheiße, wenn man den nicht schön zieht, ey. Oh, hoppala. Du natürlich. So kann man gut zielen. Das ging vorher nicht. Wie habe ich da nur getroffen, ey. Das geht jetzt viel besser. Vorher konnte ich überhaupt nicht zielen. Jetzt funktioniert... Oh, scheiße. Jetzt geht das 1A. Was machen die da? Die hauen sich gegenseitig in die Fresse, oder was? Oder üben, oder sowas. Hier ist ein Auftrag. Den nehmen wir natürlich an. Vorher ein bisschen abstauben hier. Dieser Bote wurde von Banditen gefoltert. Ein rührender Brief. Nehmen wir aber jetzt nicht an. Er ist nachher. Jungs frei. Ich habe mich an Arya und mich. Der arme Habti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Geht doch mal weg von mir. Da muss doch nicht gleich jeder wissen, dass ich da bin. Geht doch mal weg von mir. Da muss doch nicht gleich jeder wissen, dass ich da bin. Ein bisschen Stealth und so, Jungs. Ein bisschen Stealth wenigstens. Ach du Scheiße. Darauf muss ich. Da ist zweite. Und wo ist dritte? Ich glaube da ist da eins. Guck mal. Da ist eins. Da ist eins. Wo ist dieser? Hä? Eins? Vielleicht er da. Vielleicht er da. Ne, da. Aha. Unten oder so. Hm. Na schön. Komm mal her du. Jo, Lolo. Lolo. Kommst du bitte mal? Komm, hol dir Schläge. Was? So. So, wir müssen. Na ja, holen wir sie den, wenn ich schon da bin. Dein Hauptmann würde ja auch gerne mal lynchen. Na toll. Schon besser. Scheiße. Scheiße. Das wurde nicht geplant. Spreng da hoch. Was war das denn? Ja, schau nach. Hey, was? Toll. Ich spreng dich auf. Ich spreng dich auf. Ich reihe dir ein. Hat dich. Haha, da bist du ja. Scheiße. Scheiße. Hab ich nicht. Stierbratte. Hä? Alter. Die Schluss. Mit dem Blödsinn da, ey. Du Lolo. Ein Teil des Messinstruments. Ein Teil des Messinstruments. Wie ich diese Viecher hasse. Schlangen sind echt mies. Bei dir könnte man gutes Fell holen. Schöne. Schönes Fell holen. Oh, Scheiße. Junge, halt die Freude. Nicht mehr ausreden, du da. Keine Schlange drin, oder? Nee. Ich hab schon ein junges Schlangen. Oh, da haben wir noch einen. Oh, hey, hey, hey. Hallo. Ich wollte dich grad rauslassen, du Depp. Junge. Der Erste. Dann können wir mal dann rum. Scheiße, heiß, 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 verdammt heiß ich habe es nicht so mitgekriegen ich weiß ja das hätten wir staub mir nur ein bisschen ab und fertig ich bin mit dem da unten mit dem spiel mit dem da genau macht euch gegenseitig alle ich sammle die reste so mache ich lasse dem jetzt die drecksarbeit machen hey du kannst nicht fliehen eigentlich brauche ich nur mehr ja den hauptmann will nur wünschen weil er braucht es dringend wenn ihr mich frei die üben da oder so weißt du was ich hab ne idee jetzt bin ich mal ein arschloch funktioniert da bist du hat man so ganz funktioniert ist was ich wollte fach Der ist ja wohl nicht. Er müsste nur ein Schatz sein. Habe ich den übersehen? Nicht übersehen? Muss aber wohl sein. Gibt es ja nicht. Ja, das sind diese Viecher. Die sind ja egal. Wo ist dieser blöde Schatz? Vielleicht unten. Keine Ahnung. Das hätte ich auch schon vorher holen können. LOL! Wo ist jetzt? Hä? Hä? Warte mal. Drei von drei erfindete Stück. Hä? Muss irgendwo sein? Ah, okay, okay, okay. Da wo versteckt. Verstehe, verstehe, verstehe. Ist das da vielleicht? Aber wo denn bitte? Ah, da. Noch ein Werkzeugteil. Meins. Ich muss zurück zu Vitruvius. Bevor an Deddy ein Exempel statuiert wird. Aber trotzdem müsste hier dann nur wo ein Schatz sein. Wenn ich ihn nicht finde, habe ich ihn schon markiert. Aber ich sehe hier keinen. So eine Blinde, Alter. Das ist doch... Das kann ja das sein. Das ist doch viel zu weit weg. Jetzt. Hm. Hm. Es ist eh viel zu weit weg. Wo ist schon wieder so eine blöde Schlange? Das ist ein Seil. Das ist ein blöde Vieh. Ich weiß wo sie ist, Mistviech erländiges he. Oh, ich hasse diese Schlange. Egal. Geh mal da runter. Das hol ich irgendwann mal. Da suchen wir ja dumm und deppet sonst. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss. Musik Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020